6.500 Bulgaren und Rumäen leben hier. Fast alle kamen mit Touristenvisum für drei Monate. Doch wem es gelingt, ein Gewerbe anzumelden, darf bleiben und hat Ansprüche. Auf Wohngeld, Kindergeld und teilweise auf Hartz IV. Für sie sind 184 Euro Kindergeld schon fast so viel, wie sie daheim im Monat hatten. Aber auch wenn sich für viele die Lage verbessert, die Integration im Alltag geht nur schleppend voran. In Duisburg häufen sich die Probleme buchstäblich auf der Straße. Anwohner in diesem Viertel klagen über die zunehmende Kriminalität und den vielen Dreck. Wer kann, zieht weg. Die Frau, die wir gerade in Duisburg-Meiderich in der Bergstraße gesehen haben, steht heute bei uns und hier neben mir. Frau Kessler, Sie sind seit 13 Jahren in der Bergstraße zu Hause in Duisburg. Was hat sich in den letzten Jahren da so gravierend verändert? Also in den letzten Jahren nicht, aber im letzten Jahr sind in zwei Häusern unserer Straße Rumänen eingezogen, beziehungsweise Romas und haben natürlich unser Straßenbild und das gesamte Leben oder unsere Wohnsituation dermaßen zum Wanken gebracht, dass das Leben dort nicht mehr sehr angenehm, ruhig oder schön ist. Was heißt das ganz konkret? Das heißt ganz konkret, dass der Müll sich dort gehäuft hat auf den Straßen im Park, dass diese Menschen dort ihre Geschäfte in dem Park erledigen, manchmal auch auf der Straße, dass es sehr laut ist, dass wir kriminelle Machenschaften beobachten und unser Leben, dass wir nach Hause kommen. Man hat also nicht mehr das Gefühl, nach Hause zu kommen. Was heißt das, dass Sie kriminelle Machenschaften beobachten? Was beobachten Sie da? Wir haben zum Beispiel beobachtet, dass sehr große Dieselkanister irgendwann in die Häuser gebracht wurden und dann die Autos betankt wurden. Wir haben Mengen von Kabel und Metall in Autos gesehen, die in die Häuser gebracht wurden. Und ich beobachte, beziehungsweise gut, beobachte, es gibt Treffen von Männern, 40 bis 50 Stück, in einer Wohnung, die dorthin kommen, sich alle in einem Kreis hinstellen. Das habe ich nicht gesehen. Das weiß ich von einer Nachbarin, die dort gegenüber wohnt. Dort wird für anderthalb Stunden gesprochen, Geld verteilt und dann verziehen die sich so nach und nach wieder. Und das sieht nicht nach einem Kaffee trinken aus. Das ist aber nur ein Teil der Finanzierungsschwierigkeiten unseres Rentensystems. Der andere Teil hängt mit unserer demografischen Entwicklung zusammen. Und da kann man leider so schnell nichts ändern. Wir haben zu wenig Kinder. Um diesem Mangel abzuhelfen, hat die Bundesregierung auf die Zuwanderung gesetzt. Eine Politik, die im Prinzip richtig und vernünftig ist. Sie versucht, den Geburtenmangel auszugleichen, durch Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen und bei uns arbeiten und mit ihrer Arbeit dazu beitragen, dass für ältere Generationen eine Rente finanziert werden kann. Von der Idee her ist das prima und völlig richtig. Aber wer unter welchen Voraussetzungen nach Deutschland einwandern darf und wer einwandert, ohne es zu dürfen, das ist völlig intransparent. Der Deutsche Städtetag hat vor einigen Monaten berät darüber Klage geführt. Er hat darauf hingewiesen, welche Probleme in den Kommunen unseres Landes existieren, weil eine völlig ungeordnete Zuwanderung in diesem Fall insbesondere von Menschen aus Bulgarien und Rumänien im Zuge der EU-Freizügigkeit eingesetzt hat. Insbesondere in Form von Roma und Sinti, die auch in ihren Heimatländern zu den benachteiligten Gruppierungen gehören. Und sich hier eine bessere Zukunft erhoffen. Darauf hat der Deutsche Städtetag hingewiesen und dann gab es ein gewisses Rauschen im Blätterwald und dann starb das Thema wieder weg. Aber meine Damen und Herren, es ist nicht so, dass man Schwierigkeiten dadurch löst, dass man sie einfach ignoriert. Wir müssen uns die Frage stellen nach der Verantwortung, die wir als Gesellschaft, als Staat gegenüber den Menschen haben, die zu uns kommen. Und wir können hier ganz exemplarisch mit den Roma und Sinti beginnen, die zu uns kommen. Doch es gilt natürlich letztlich für alle Zuwanderergruppen. Es gilt für alle Menschen, die aufgrund fehlender Sprachkenntnisse, aufgrund mangelnder Bildung und aufgrund mangelnder Berufserfahrung keine realistische Chance haben auf Eingliederung in unseren Arbeitsmarkt. In den Arbeitsmarkt einer modernen, hochgradig technisierten Volkswirtschaft. Diese Menschen werden letzten Endes von uns Menschen unwürdig aufgenommen, weil wir ihnen nämlich dadurch, dass sie keine Chance haben, sich zu integrieren in unsere Gesellschaft und in unseren Arbeitsmarkt, die freie Entfaltung der Persönlichkeit nicht bieten können, die ihnen eigentlich zusteht. Bedenken Sie, wir haben eine Verantwortung, gerade gegenüber den Menschen, die mit geringem Bildungsstand zu uns kommen und gar nicht wissen, was sie erwartet. Ich glaube, es ist menschenunwürdig, Menschen für den Rest ihres Lebens in der Abhängigkeit von staatlichen Almosen zu halten. Es ist eine Beeinträchtigung ihrer Entfaltungsmöglichkeiten. Zur menschlichen Entfaltung gehört auch, dass man am Arbeitsmarkt partizipieren kann, dass man wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Und deshalb sollten wir darauf achten, dass Zuwanderer, die zu uns kommen, diese Möglichkeit haben, dass sie die Fähigkeiten mitbringen, sich zu integrieren in unseren Arbeitsmarkt und in unsere Gesellschaft. Ein Zuwanderungsrecht brauchen wir also, was abstellt auf die Qualifikationen derjenigen Menschen, die zu uns kommen und auf die Kompetenzen, die sie haben und auf die Sprachfähigkeiten, die sie haben. Und es muss auch abstellen auf ihre eigene innere Einstellung, ob sie integrationswillig sind. Das ist wichtig. Damit Sie mich nicht missverstehen. Ich möchte nicht rütteln an dem Prinzip der Niederlassungsfreiheit innerhalb der Europäischen Union. Nicht im Mindesten soll das verändert werden. Nach wie vor sollen alle Bürger, alle EU-Bürger bei uns willkommen sein, die in Deutschland redlich ihren Lebensunterhalt verdienen können. Aber das Problem der Zuwanderung besteht doch darin, dass es gar nicht berufliche Chancen sind, die die Immigration bewirken oder jedenfalls nicht ausschließlich berufliche Chancen sind, die die Immigration bewirken, sondern dass es die Höhe des deutschen Kindergeldes ist, die zum Beispiel diese Immigration von Roma und Sinti sehr, sehr stark zu treiben scheint. Der Deutsche Städtetag hat es anschaulich geschildert. Da kommen Menschen zu uns, die müssen hier ein Gewerbe anmelden, das sie typischerweise nicht ernähren kann, weil sie die Qualifikationen dafür nicht haben. Aber mit dieser Gewerbeanmeldung sind diese Menschen imstande, einen Antrag auf Kindergeld zu stellen. Und das Kindergeld hier ist höher als das, was sie in Rumänien, als die benachteiligten Schichten der rumänischen Gesellschaft, jemals an Lohn für ihre Arbeit verdient hätten. Das ist ein Missverhältnis, was man einfach zur Kenntnis nennen muss und was man unter dem Motto Mut zur Wahrheit auch aussprechen muss. Es darf nicht sein, dass einfach das Niveau deutscher Sozialleistungen wirkt wie ein Magnet auf Menschen, die aus großer Armut. Und da gibt es nun eine einfache Lösung, wie man dieses Problem beheben kann. Das Problem der Zuwanderung ganzer rumänischer Dorfschaften in unsere Städte und Kommunen. Dafür ist nicht mehr erforderlich, als dass man die Verantwortung für die soziale Sicherung dieser Menschen bei dem Staat lässt, wo diese Menschen herkommen. Es ist nicht mehr erforderlich, als dass man sagt, wenn Rumänien seine Bürger nicht angemessen ausbildet im Schulsystem, sie nicht mit Sprachkompetenzen ausstattet, sie nicht ausstattet mit den Fähigkeiten, die sie benötigen, um zum Beispiel im deutschen Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein, dann ist es doch verantwortungslos, diese Menschen einfach ziehen zu lassen, hinein in die fremde, unbekannte Welt und dann dort scheitern zu sehen. Dann ist es doch sinnvoll zu sagen, der rumänische Staat kann sich zumindest der sozialen Verantwortung nicht entziehen, sondern muss nach wie vor die Sozialleistungen, die einem rumänischen Bürger in Rumänien zustehen, auch auszahlen an einen rumänischen Bürger, der sich außerhalb Rumäniens aufhält, wenn er sozialer Unterstützung bedarf. Und dann kann der jeweilige rumänische Bürger... Dann kann der jeweilige rumänische Bürger frei entscheiden, wo er sich aufhalten möchte. Er kann sich entscheiden, in Deutschland zu leben, wenn er mit der rumänischen Sozialhilfe und dem, was er in Deutschland an Arbeitsleistung erbringen kann und an Lohn erwirtschaften kann, wenn er damit hier leben kann. Aber wenn er der Auffassung ist, dass das nicht geht, dann muss er eben in Rumänien leben, wo das das angemessene Niveau an sozialer Unterstützung ist. Dieses Prinzip, denke ich, das könnte man durchsetzen in der Europäischen Union. Es würde das Problem der Armutsmigration, was wir so massiv in letzter Zeit hier gesehen haben, lösen können und es würde es auf eine menschenwürdige Art und Weise lösen. Das wäre also eine... Das wäre also eine Lösung, wo jeder einzelne Bürger entscheiden kann, ob er das Land verlassen will, in dem er aufgewachsen ist, um andernorts in der Europäischen Union zu leben. Es steht ihm dann völlig frei, aber er muss sich eben im Klaren darüber sein, dass er seinen Lebensunterhalt selbst erwirtschaften muss. Eine bloße Einwanderung in die deutschen Sozialsysteme entspricht weder unserer Verantwortung für die Integration und Partizipation am Arbeitsmarkt der einwandenden Menschen, noch entspricht sie der Verantwortung des Staates, der diese Menschen ohne Qualifikation auf die Reise geschickt hat. Mit nur ein wenig gesundem Menschenverstand könnte man das ändern und dafür wollen wir uns einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank.